Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Tomb Raider 4 The Last Revelation Part 7 Jetzt wird hier erstmal alles eingesammelt, was die ganzen Gegner verloren haben Das war der Schlüssel Ich sag ein Schlüssel Jetzt erstmal, ah, ein kleines Mehlpack, als ob ich nicht schon genug hätte War das jetzt alles? Was ist da drin? Hm, Fackel Nichts Erstmal immer umgucken Sonst vergisst man etwas Ist hier was drin? Nein Ist es nicht Na Nebenüberliegende Ecke Natürlich Wie schnell Ah Hab ich's mir doch gedacht Geheil Was? Wie Noch eine Schrotflinte Ich hab doch schon eine Wofür braucht man zwei? Zwei Zwei sind total unnötig Juckreiz Ah Na Hältst du dich hier fest Lara Ähm Lara Wie kommst du jetzt da drauf? Ich weiß auf jeden Fall, man kann aufs Dach dieses Teils da Da kommt man drauf Die Frage ist wie Ähm Ja, wie kommt man da nochmal drauf? Das möchte ich jetzt gerne Moment Vermutung Diagonalsprung Würde ich sagen Nach Sprung So nicht So Yay Lara hält sich fest Gut gemacht Lara Hier drauf Und Was ist hier? Ein Geheimnis Schon wieder Strohflinten-Munni Noch mehr Strohflinten-Munni Ein kleines Medi-Pack Butzi-Munni Und Äh Blöd Jetzt Was? Hat es gerade wirklich gelegt? Lara Musste davon Sterben Nein Alles nochmal Alles einsammeln Und nochmal Beide Geheimnisse Einsammeln Blöd Alles umsonst Lara Dachte sich Ha Lass mich Lass ich mich mal Ihnen verarschen Und sterbe Einfach so Obwohl ich glaube ich Zu wenig Leben hatte Hehehe Hätte besser aufpassen sollen Hm Ja Sie geschrien hat sie nicht Und man sieht Man sieht Dass da was liegt Ohne dass man das Licht Anmachen muss Eins Zwei Drei Dass da drei Sachen liegen Hehehe Irgendwie kriegen wir Kriege ich Mundi bis zum Abwinken Jetzt sammelt es ein Noch mehr lag da nicht Oder Jetzt hat es wieder Auf Lara Lara Geht doch Lara man kann sich auch Schneller hoch Erst einmal einsammeln Jetzt sammelt es ein Lara Wie viel habe ich denn jetzt 150 Otzi Muni Also Muni habe ich Bis zum Abwinken Ja so geht das Einfacher Speichern Speichern Überschreiben Ja Weil jetzt wird es lustig Da liegt doch noch was Benutzen Hey Was ist das Ey Keine Bomben Bitte Ah Fah La Fahren Man weiß ja Lara und Fahrzeuge Was Verdammt Das ist doch Haben sie mich einfach gekillt Vor allem Ich habe gar nicht gesehen Wer mich gekillt hat Das gibt bitter Rache Und ich nehme Minipack Zur Sicherheit Benutzen Au 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 Autsch Lara Du Du und deine rabiate Art Zu fahren Ah Müssen die denn immer treffen Lara Deine Art zu fahren Ist auch immer besser gewesen Au Medipack Medipack Stirb da oben Ich sehe da was Das speichere ich lieber ab Da unten sind Stacheln Und die sind nicht gerade Überlebensfreundlich Stacheln sind nie Überlebensfreundlich Das soll man sich merken Hier besonders Normal Bei Turmbritter 1 Bis 3 Kann man durch Stacheln Gehen Hier kann man das Nicht Was war denn das Bitteschön Verstecktes Tag Ja Da Ja 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 Lara! Was soll das? Äh, was ist los? Ich gucke jetzt mal, ob das vielleicht klemmt. Das Gamepad, was ich benutze, hat vielleicht die Angewohnheit zu... Ich habe auch die ganze Zeit die falsche Tasse gedrückt. Ah! Wie kann ich nur... ...die ganze Zeit die falsche Tasse drücken? Geht doch! Ähm... Fackeln! Äh... Was war das da gerade, was ich eingesammelt habe? Granatenwerfer! Ich habe aber noch keinen Granatenwerfer! Toll! Aber... Das ist schon mal gut zu... ...wissen! Weil das werde ich noch benötigen! Lara, wehe, du lässt es los, um die Fackel loszulassen! Wehe dir! Ich würde es ihr glatt zutrauen! Benutzen! Fahre ich oben lang oder unten? Natürlich unten! Ist sicherer! Ich kann ja so zielstrebig treffen! Boah! Und hier... Und wie kann er so gut hier fahren? Mit so einer Geschwindigkeit! Dich töd ich jetzt! Okay, das ist mir die Peck! Geht hoch! Oh! Ich würde es sagen, aber... Hm... Bevor wir hier weitermachen, beende ich hier den Part... ...und das war Let's Play Tomb Raider 4 Part 7... ...und bis zum nächsten Part!